Und raus mit den Routen. Zack, es geht weiter auf kleine Fische. Es gibt immer wieder die Fragen, wie man denn auch am besten startet hier am Nordmeer. Neben diesem gut laufenden Spot gehen wir da mal ein bisschen drauf ein. Aber letzten Endes wollen wir auch hier an diesem gut laufenden Spot ein bisschen was rausziehen. Ja, die kleinen Fischis, die bringen uns immer richtig gut Prozente und sie bringen tatsächlich auch Silber. Ich teste jetzt hier gerade schon seit 20 Minuten, hatte hier ein paar Seehechte drauf. Habe jetzt eigentlich schon gehofft, dass da noch mehr drauf geht hier auf den Real Shrimp. Aber bisher war da noch nicht mehr als nur zwei einigermaßen große. Gucken wir mal, ob da noch was kommt. Letzten Endes hätte ich jetzt hier gerne mehr von den Wittlingen, mehr von den Sardinen und natürlich auch gerne mehr Makrelen. Das kann alles gerne reinballern. Im Idealfall, und deswegen lasse ich jetzt recht weit runter absinken, gerne so 50 Meter und tiefer, gehen hier im Idealfall auch noch Kalmare rein. Das wäre jetzt natürlich ideal. Ja, und ich teste jetzt hier einfach ein bisschen. Mit welcher Route teste ich? Also, es kommt immer wieder die Frage auf, was holt man sich denn am besten? Für all diejenigen, die eben zum Start des Nordmeers schon eingekauft haben, stellt sich die Frage ja häufig eigentlich schon nicht mehr. Denn die Wahl war ja schon da. Die meisten haben natürlich schon etwas gekauft und sind mehr oder weniger zufrieden damit. Was man tatsächlich sagen muss, ich denke die beste Wahl für den Start ist und bleibt die Poseidon Sensi 88. Also, das ist top. Das ist das absolute Top-Gerät. Hat den einfachen Grund. Plus 5% Bäm. Plus 5% auf das Meeresangeln. So, und das ist halt einfach der ganz wichtige Punkt. Diese 5% pushen uns in ganz vielen Bereichen nochmal ein ganzes Stückchen nach vorne. Ganz wichtig, die 70%. Wenn man 70% erreicht hat, wo es schon wirklich schwierig wird, neue Prozente zu bekommen. Mit diesem Gerät geht es nochmal steil vorwärts. Wir haben sofort 75 Punkte hier drin. Können sofort Beifänger verwenden und sowas. Also, das macht einen Riesenunterschied. Und auch später noch immer mal 5% weiter zu sein, als man eigentlich ja schon ist. Boostet einen richtig schön nach vorne. Ich bin jetzt hier mittlerweile bei 81,3. Super zufrieden damit. Ja, trotz allem nutze ich natürlich auch die Bootsrouten. Wenn man sagt, okay, das ist aber relativ teuer, das Teil. Ja, ist es. Mit knapp 10.000 Silber ist das eine recht teure Route. Aber eigentlich auch nicht. 10.000 Silber und man kann starten mit dem Nordmeer. Denn man braucht nicht zwingend irgendwie eine super fantastische, tolle Rolle. Wenn wir hier auf diesem ganzen Kleinkram unterwegs sind und ich teste jetzt hier seit ein paar Stunden die Overlord 88. Wie das denn so ist, das hier ist eine Rolle, die ist nicht salzwassergeeignet. Im Moment ist es auch noch so, dass der Verschleiß von nicht salzwassergeeigneten Rollen nicht so verdammt hoch ist. Man merkt vielleicht einen etwas erhöhten Verschleiß. Aber im Großen und Ganzen ist es noch voll okay. Es gibt auch schon Spieler, die so eine Art Langzeittest gemacht haben. Also von vornherein schon mit diesen Rollen unterwegs sind. Und auch da muss man sagen, gibt es sehr, sehr, sehr verträgliche Verschleißzahlen. Wenn man überlegt, wie viel tausend Fische damit dann schon rausgezogen worden sind. Insgesamt habe ich das Ganze jetzt hier relativ fein gerade zusammengebaut. Also die Poseidon Sensi 88 mit den 5%. Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir hier drüben natürlich nochmal wieder die Braid mit 60 Kilo. Ich habe jetzt hier fürs Kleinfischangeln mir das Vorfach zusammengebastelt aus Fluorocarbon. 55 Kilo jetzt in dem Fall. Und dann haben wir jetzt hier so, na ich sag mal relativ kleine Haken noch. 4 Nuller, 3 Nuller Haken und die Schrimps. Wenn man das so weit noch nicht hat und das alles noch nicht herstellen kann und man startet hier das Ganze einfach vielleicht nur mit dem einfachen Jig oder nur mit dem Pilker. Auch das ist natürlich möglich. Auch das kann man natürlich ganz gut machen. Dann geht natürlich die Frequenz noch nicht so richtig steil ab. Das ist aber auch genau die Idee von dem Ganzen. Man soll einen Fortschritt auch deutlich spüren. Und alle, die jetzt schon bei über 85% sind, merken glaube ich, dass es immer besser und immer besser geht. Dass man immer mehr und dickere Brocken auch hier fangen kann mit Steigerung der Prozente und mit besserem Setup. Also starten mit dieser Route mit einer einigermaßen guten Rolle. Es gibt auch ein paar Kandidaten, die mit der HSV hier hingegangen sind. Das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr spack, weil wir einfach berechnen müssen, Fische in solchen Tiefen mit, sagen wir mal, nur 10 Kilo machen richtig Theater. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz, ganz andere Dimensionen. Zum einen die Kraft, die diese Fische einmal ausüben. Dann die Tiefen. Das heißt, wir müssen hier aus großen Tiefen oder anders gesagt auch im Süßwasserbereich aus sehr, sehr weiten Entfernungen sozusagen, halt nur nach unten, müssen wir die Fische halt rankurbeln. Und es ist sehr, sehr selten, dass man im Süßwasserbereich irgendwas aus 50 oder 80 Meter herankurbeln muss. Und hier ist das eben nicht so selten. Also hier ist es eher unwahrscheinlich, dass man etwas im Bereich von 15 Meter fängt. Das ist dann eher so bei den Kleinfischen der Fall. Und ja, die etwas Größeren, die sind dann einfach gerne mal auf dem Grund unterwegs oder in relativ Tiefen, Tiefen unterwegs hier. Und da haben wir dann eben auch richtig schwer mit zu kämpfen. Selbst mit meiner Venga, das hatte ich heute auch nochmal im Stream gesagt, selbst mit meiner Venga bin ich eben immer noch hart am Limit, wenn ich zum Beispiel den Steinbutt rausziehe mit ungefähr 10 Kilo. Also einen 10 Kilo Fisch auf der 30 Kilo Venga, da ist die Bremse auf 29 gestellt und dreht einfach durch, weil sich der Fisch platt macht, auf dem Grund liegt. Kaum mit diesem Druck des Wassers oben drüber kaum dagegen irgendwie anzupumpen ist. Das heißt in dem Fall Bremse zumachen und dann langsam zurücklaufen, pumpen und versuchen den Fisch anzuheben, dass man den dann ja so irgendwie überwältigt oder in eine Richtung dreht, dass man ihn dann eben leichter wieder hochpumpen kann. Also es ist einfach sinnvoll, sich hier einmal eine richtig gute Route zu holen und das ist einfach die Poseidon. Das ist ein massiv gutes Gerät und das kann man eben ganz ganz lange verwenden für das ganze Kleinfischangeln hier, für die kleinen Sardinen und Makrelen und so weiter und so weiter. Das lohnt sich, absolut. Selbst wenn man irgendwann bei 100% ist, dann hat man mit diesem Setup 105%, was einfach nochmal eine bessere Frequenz bringt. Und das ist ja genau das, was man eben haben will, wenn man hier auf Frequenzfische wie zum Beispiel Makrele geht. Zack und da haben wir wieder Prozente. Sensationell. Also läuft weiter mit diesen kleinen Fischis. So, jetzt wieder absinken lassen. Also Basic, diese Route, kein Kleinkram davor kaufen, ob die Route jetzt 4.000 oder 6.000 kostet, macht alles nicht wirklich Sinn. Die nächste Überlegung ist, zieht man mit dieser Route und Kleinfischen durch, dass man dann irgendwann quasi die leichte Bootsroute, dass man die überspringt, kann man gut machen, wenn man diese Route direkt am Anfang hat. Oder holt man sich dann nochmal eine kleine, nimmt dann auch schon die anderen Montagen und so weiter und so weiter. Also es ist hier entweder ein bisschen zäh oder, wenn man diese Route jetzt zum Beispiel nicht hat und man sagt, okay, ich spare mir das. Ich hole mir erst eine kleinere, billige Pilgroute und hole mir dann zusätzlich nochmal eine kleinere, billige, leichte Bootsroute. Das wäre halt der andere Weg. Dann hat man eben nochmal das Collarick frei, die Endbleibmontage hat man dann frei. Also das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Also das sind diese zwei Wege. Empfehlenswert würde ich wirklich sagen, holt euch diese gute Route, das ist wirklich ein Unterschied, das macht wirklich einen großen Unterschied, speziell dann eben im Bereich von 70%. Und dann holt man sich einfach irgendwann die mittlere Bootsroute, denn der Weg hier hin bis hin auf die 100%, das wird in der Regel einfach ein bisschen länger dauern. So, und hier haben wir einen auf 80 Meter Tiefe unten. Also, tja, das ist einfach immer die große Diskussion. Und macht euch nicht so viel Sorgen um die Rollen. Also tatsächlich, was ich vorhin noch gelesen habe, über 2000 Fische rausgezogen und wirklich humane Verschleißwerte dann auf der Overlord jetzt hier. Das ist wirklich vernünftig. Das heißt, wenn man in diesem Bereich schon Rollen hat und man ist vielleicht ja im Level 30 plus halt unterwegs und hat sich das hier freigespielt oder einfach vorher schon gegönnt, dann sollte man eben auch mit einer vernünftigen Rolle hier reingehen. Und als nächstes holt man sich dann entweder eine Venga oder man holt sich die Goliath für das Angeln hier. Allerdings auch wieder nur für die kleinen Fische, sobald es auf die Bootsrouten geht, sobald es auf die großen Fische geht. Und das ist alles, was in Richtung 20 Kilo schon geht. Also 20 Kilo Fische sind hier schon groß und mächtig. Das will man nicht unbedingt auf so einer Route hier haben. Sobald es eben in diese Gewichtsklassen geht oder die Gewichtsklassen dann überschreitet von 20 Kilo, dann sollte man so langsam auch in Richtung der Konventionalrollen gehen. Denn, wenn ein Fisch erstmal abzieht oder vielleicht noch tiefer abtaucht, kriegt man diese Brocken einfach nicht vernünftig rangepullt, hochgekurbelt. Da machen diese Stationärrollen einfach schlapp. Das, was jetzt hier so flott einfach vorwärts geht, speziell dann auch auf der Goliath, ist mega zäh. Man kurbelt super langsam, man kriegt die Fische nicht richtig hoch, weil sie einfach so schwer sind und weil die sich einfach so sehr sträuben. Und dann, bam, komm ran hier. Alter, der Wittling, der ist direkt betäubt, ey. So, raus damit wieder. Also, wo bin ich denn hier? Ich bin gerade schon wieder ein bisschen weggetrieben, glaube ich, ne? Ich bin schon richtig weggetrieben. Ich stehe die ganze Zeit hier auf dem 113er Loch und hab gedacht, komm, vielleicht ist ja hier so auf 50 bis 80 Meter, vielleicht ist da ja ein bisschen was los. Und ich krieg vielleicht sogar noch den ein oder anderen Kalmama mit rein. Aber bisher leider nicht. Heißt also, ich bretere jetzt erstmal wieder zurück. So. Aber auch hier sieht man so ein bisschen Action, gar nicht so schlecht. Und jetzt dadurch, dass die Drift ja hier wieder voll im Gange ist. So, fahren wir einfach mal hier in den Bereich. Und dann wieder raus damit. So. Und absinken lassen und weitermachen. Also, viel angeln auf kleinen Kram. Viel angeln vom Ufer aus. Guckt euch die Videos an, wo man sich gut hinstellen kann am Land vom Ufer aus. Das bringt sehr, sehr viel. Egal mit welcher Montage. Da gibt es immer Möglichkeiten, das auch vom Land aus zu machen. Und die Fische von da aus raus zu ziehen. Einfach auf entspannt. Man hat nicht diesen Druck, dass man ständig einen 100 Silberticket, so ein Bootsticket im Nacken hat. Und auch da wieder was verdienen muss, weil sich das ja sonst nicht lohnt. Gerade im Anfangsbereich, wenn das vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Einfach da die nächsten Prozente machen vom Land aus. Und sobald man dann hier Seitenarm Montagen hat und ähnliches, dann wird es auch nochmal richtig wild. Dann geht es eben auch hier mit den kleinen Fischis richtig rund. Speziell auch, wenn man hier Schrimps und Garnelen verwenden kann als Köder. Auch das gibt nochmal einen richtig schönen Boost. Was sich, wie gesagt, anfangs lohnt, sind natürlich auch die kleinen Schaumgummis. Die selbstgemachten Schaumgummiköder. Also die lohnen sich auch absolut. Ja, und ansonsten dann sparen auf eine vernünftige Rolle. Wie gesagt, am besten, ja, entweder was in Richtung Allround, was man für alle Gewässer nutzen kann. Das wäre dann die Venga. Oder man holt sich einmal eine Goliath, um damit dann eben auch hier weiter zu angeln und weiter zu sparen. Aber da muss man sich dann auch echt überlegen, macht das Sinn? Also solange man solche Rollen hier gut verwenden kann, vielleicht einfach weiter diese Rollen verwenden und gar nichts dazwischen kaufen, sondern als nächsten Schritt, als erstes danach, nach dieser Rolle, die man schon hat, direkt sparen auf mittlere Bootsroute und auf Konventionalrollen. Das sind ungefähr 100.000 Silber, wenn man da schon ganz oben einsteigen will. Und das braucht natürlich einige Wochen, beziehungsweise wahrscheinlich auch Monate. Aber es ballert ja hier auch gut rein. Also hier geht einiges und speziell mit den kleinen Fischen. Man sieht es auch im Discord, was da gepostet wird. Und da sind die Cacher auch sehr, sehr schmackhaft. Große Zahlen, die hier rausgezogen werden können mit diesen kleinen Cachern, damit man eben hier auch vernünftiges Setup sich kaufen kann. Also lange sparen, wie immer im Game. Lange sparen, gut überlegt einkaufen, nicht zu viel daneben oder dazwischen kaufen, damit man dann schnell auch vorwärts kommt und dann auch im wirklichen Endgame landet. Und macht euch keinen Kopf da drum. Das Silber kommt hier auch wieder rein. Ich bin auch schon wieder bei über 10.000 Silber. Es hätte auch schon wieder mehr sein können. Ich habe schon wieder eingekauft. Also die Kohlen kommen wieder rein. Und ich war ja auch komplett blank. Also kein Stress damit. Die Kohlen kommen rein, wenn ihr richtig einkauft und nicht mehrfach kaufen müsst. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr, Petri. Bis zum nächsten Mal.